So, YouTube, willkommen zurück zu The Long Drive. Wir haben gerade 51 Kilometer gepackt. Äh, ich möchte gerne das Game durchspielen. Lass uns weiter fortführen, oder? Ich kann mich erinnern. Die bösen Teister. Hallo? Was ist mit dir? Stopp, 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 stopp. Beruhig dich doch mal. Was ist denn hier los? So habe ich das aber nicht hinterlassen. Geht das auch kap... weg? Ja, jetzt, okay. So, wir merken, wir hoffen und wir denken. Wir denken, wir wollten das Auto nehmen. Dies bedeutet im Kurschluss, damit wir erstmal schauen müssen, ob es anspringt. Fühltank, Gas. Gas wollte der nicht, oder? Was war hier? Öl. Ähm, ja, genau. Warte, das muss erstmal weg hier. So, was haben wir denn hier noch? Das ist was zum Transportieren. Das ist gut. Das kommt weg. Achso, das wollten wir noch zusammenbauen. Schecke. Ansonsten Gas und Öl. Okay, empty. Wollen wir das mal mit Diesel probieren? Dann müssen wir das um Öl. Gas und Öl. Wasser. Wir füllen das mal ganz auf. Mal gucken. Komm her. Let's fucking go. Amazing. Genau. Oh, sorry. Nehmen wir dich mal raus. Bro, was willst du? Äh, ich hab grad gedacht, man könnte vielleicht die Mutter da einbauen, aber ich glaube, das ist zu klein dafür. All right. Dann mach ich dich wieder hier rein, würde ich sagen. Hervorragend. Äh, herzhaft. Fuel Tank. Gas. Wir haben jetzt 100% Gas drin. Wir machen vielleicht mal hier noch ein bisschen so. Warte. Ah ja. Machen wir dich nochmal rein. So, was heißt das jetzt? Gas. So. Was möchtest du? Was ist hier das Problem? Irgendwas stimmt hier wirklich nicht. Ich möchte den jetzt haben, bitte. Scheiß die Wand an. Wir brauchen fucking Diesel jetzt. Oh, fuck. Na gut. Also immer rechts halten. Wenn wir nach links fahren, dann könnten wir vielleicht zurückfahren. Das bedeutet, dass wir vielleicht dann Diesel finden. Was ist da hinten? Das ist nichts. 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 Da ist eine Aussichtsplattform. Na gut. Wir holen Diesel. Wir holen einfach mal Diesel, oder? Auf Dieseljagd. Naja, klar. Wir sind jetzt auf Dieseljagd. Das Ding ist, ich habe so den Anschein erweckt, dass wahrscheinlich Diesel das raritätsreichste ist. Weil ich möchte unbedingt die rote Karre haben. Das steht ja nun mal fest. Geben Sie mir Sprit. Bitte, bitte, bitte. Also wie gesagt, die Sprit ist jetzt der Diesel zu finden, um dann das neue Auto zu nähren. Das bedeutet, umkehrschluss, dass wir dann noch einen Transportwagen haben. Sprich, plus, minus geteilt. Wir haben dann auch ein Motorrad. Oh, komm. Bitte, bitte Diesel. Hab bitte Diesel. Boah, aber eine nice Karre, würde ich schon sagen. Von 1 bis 10 würde ich schon eine glatte 20 geben. Rollen lassen. Und den Rest laufen wir bis dahin. Also, ich weiß nicht, was das ist, aber das sind keine Steine. Irgendwas klemmt da fest, glaube ich. Steigen wir ab. Kannst du ein bisschen rollen. Pfeifen. Oh. Na gut. Das habe ich jetzt nicht kommen gesehen. Wir machen halt doch hier die Handbremse. Oder wir rollen das einfach. Boah. Na gucken wir mal. So, nice. Ist auch weggeflutscht. Amazing. Dann gehen wir einfach mal bis dahin. Ich habe aber die leiste Vermutung, dass da kein Diesel existiert. Wir gucken. Bitte, bitte Diesel. Wind Diesel, bitte. Oh mein Gott, Poggers. Bitte, lieber Gott. Ey. Bitte, lieber Gott. Ey. Bitte, lieber Gott, sei da drin Diesel. Bitte. Nichts möchte ich mehr. Außer Diesel. Bitte. Reines, pures, saftiges, klares Diesel. Nehmen wir trotzdem mal mit. Wir brauchen immer nur Diesel. Das ist bitte ein bisschen suboptimal. Hä, was mache ich? What the hell? Okay. Wir gehen weiter auf die Jagd nach Diesel. Na gut. Sprit sieht eigentlich noch gut aus. Weiß nicht, wie viel die Karre hier schluckt. So, wir müssen halt nur den ganzen Weg dann zurückfahren. Aber das kriegen wir schon hin, irgendwie. Geil. Ich habe immer noch kein Radio. Checkt ihr das? Ich kann, kann, könnte euch was vorsingen, aber ich glaube, ihr wollt das nicht. Oh, Diesel, Diesel, Diesel. Oh, guck mal, da hinten waren wir. Hoffe ich, dass das das ist. Oh, Diesel, Diesel. Es knallt. Es kracht. Es fleucht. Willkommen bei The Long Drive. Habe ich irgendwas? Oh. Oh, das ist so komisch. Warte mal. Keiner braucht Tageslicht. Geil. Aua, Aua. Eier. Nicht die Eier einklemmen. Hehe, XD. Da war, da ist da was. Aber wir gehen da einfach mal da nicht hin. Oder? Ach, scheiße. Ich habe, wir laufen da hin. Wir haben fast kein Sprit mehr. Wollen wir da wirklich hinlaufen? All right. Wünscht mir mal bitte Glück, dass das Diesel ist. Das wäre äußerst schmackhaft. Wollen wir uns was vorsingen? Also, das könnte eine Weile dauern jetzt. Äh, das ist einfach nur ein Turm, kann das sein? Ich entleere mich einfach mal ganz, ganz doll. Sind nur 80.000 Kilometer. Hm. Hä, was mache ich eigentlich? Warte mal. Laut. Wir haben hier gespeichert. Dann nehmen wir das Auto. Wenn der Sprit leer ist, dann gehen wir einfach wieder zu dem Standpunkt. Wisst ihr? Umsonst gelaufen. Aber ey, das ist The Long Drive. Checkt ihr? So, hier geht es bergab. Dann können wir uns rollen lassen. Sehr schmack und tastisch. Von 1 bis 10 wirklich eine 5. Komm, bitte, bitte Diesel, bitte Diesel. Wie ist die Diesel? Wind Diesel, bitte Wind Diesel. Bitte ein wenig Diesel, Diesel. Komm, mehr will ich doch auch nicht. Oder? Mehr erstmal nicht. Also, Aussichtsplattformen haben sie nicht gespart. Die gibt es reichlich. Schaschlik. All right. Flunt und hervorragend. Floppy. Geil, 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 geil. So, wo war da hinten noch eine Aussichtsplattform? Irgendwo war hier noch eine. Aber wir gehen dann erstmal dahin. Würde ich schon stark annehmen. Diesel, Diesel, bitte Diesel, bitte Diesel. Ey. Oh. Aber ist eigentlich scheiße, oder? Sollte ich das taken? Irgendwie für den Flex schon, oder? Ich würde sagen, wir gehen fahren zurück. Iiii. 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 Wop. Wop. Flop. Rhein. Hart. Zu. Eine neue Folge. Das war wirklich arsch. Nicht würfelt. Aber wir schauen weiter, weil wir geben nicht auf. Unser einziges Glück wäre beim Turm, was da hinten steht. Guck mal. Wir könnten ja vielleicht mal schief dahin schon fahren. Straße ist da, was da so blinkt. Checkt ihr. Hoff ich. Ach, das sind die roten Lichter. Also könnten wir eigentlich immer dahin fahren, wo es rot leuchtet. Da gibt's auch Loot. Wir schlafen mal. Oh, ja. Aber schöner Nachthimmel. Bitte sei kein Ständer, sondern hab noch ein Haus drum herum oder so. Checkt ihr? Hi, was geht's? Yo, yo. Funny Crocs. Wir sind gerade auf der Suche nach Wind Diesel. Denn wir brauchen Diesel statt Gas für unsere neue Schnieke Kachelnrot. Boah. Wie geht's dir, Minion? Ich hoffe, dir geht's gut. Wir fahren die lange Fahrt weiter zu unserer Stepmom. Die wartet schon. Ich war heute mit meiner Schulklasse im Skyline Park. Let's go. Wie wichtig. 90 Meter Kugel? Was meinst du damit? Aber Skyline ist krass. Wichtig. Sorry. So. Google auf Youtube. Später, später. Oh, Mann. Was das jetzt ist für ein Mist-Stück? Wir können ja vielleicht mal eine Aussichtsplattformen genießen. Wo-PW-Wop-Wop-Wop-Wop-Wep-Wop-Wop-Wep-Wep-Wep-Wep Wep 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 Wep. Nein. Nein! 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 Warte. Next, try. Das ist wie eine Klausur schreiben gerade so anstrengend. Komm. Komm! Kudat ini Iyduosh? Ah! Hello, Chief Schick! Please only in English. Better in German. But I will translate your message Willkommen to the chat Where are you going? I'm going to my stepmom, you know Only German, please Only English, maybe Was? Also, I'm speaking English and German Okay Wir brauchen ein fucking Haus, bitte Brauche Diesel Bitte, bitte Diesel Da hinten ist ein Haus, oder? Kann das sein? Seht ihr das überhaupt? Ich glaube, das ist die Alles klar Dachte kurz, ich lebe nicht mehr lange, dass Die Metallchen raus schreist Na gut, aber scheinbar lebst du ja noch Und kannst meinen Stream genießen Poggers, ich hoffe genetisch, dass das ein Haus ist Weil unser Spritz fällt auch nicht Jahre, zehn zu lang Ey, checkt ihr das? Wir haben Diesel einfach weggeworfen Ich glaube, um die 20 Liter Diesel weggeworfen Und jetzt brauchen wir es Das ist so beschämend, das ist traurig, ich sag's euch Der Haus, oh mein Gott Hilfe Yo, dieses Riesenhaus-Poggers-Chat Schreibt eine 1-1 in den Chat 1-1 Oh mein Gott, ey Ich komme gerade Bei mir wird gerade alles steif Holy shit Ne, das ist so amazing, chat Seht ihr dieses Prachtstück? Boah Holy shit Ich habe wieder lieben gelernt Ey, wenn da kein Diesel drin ist Dann fahren wir mit die Karre weiter, sag ich Ich will aber das rote Auto eigentlich Geil Funktioniert Was ist das eigentlich? Da gucke ich schon die ganze Zeit drauf Ist das ein Kühlschrank? Aber warum ist das so weit entfernt vom Haus? Oder ist das die Toilette? Das Ding ist, chat Das ist gar nicht so weit entfernt vom Auto Das ist sehr gut Leute Hallihallo Darf ich euch mal Sachen... Oh Gut eingeparkt, XD Warte Scheiße Komm her Miststück Das sind zwei, oder? Oder was? Ne, das ist nur der Schatten Oder? Zwei? Oh Meine Fresse Die sind wirklich aus Stahl gebaut Geil, wichtig Ich glaube da ist noch jemand drin So vom Gefühl her Oh mein Gott Geil Ich überlege gerade Das ist eigentlich gar nicht so wirft Weil wir haben ja das Auto Und wenn wir keinen Diesel finden Dann ist das schon ein Fortschritt Eimer Diesel Nein, wir brauchen reines Diesel Bitte Hallo Keiner da Oh, lila Wir haben wieder die lila in der Farbe Wichtig Gas Nein Nein Hallo So, take me Wir brauchen das, glaube ich Ja Amazing Aber schöne Bilder, to be honest Hervorragend Gut eingerichtet Oh, Fleisch Oh, scheiße Wir haben zu viel gegessen Hallo Ah Das war's schon Oh Warte mal Crouch, crouch Kommen wir nicht hoch Schade Crouch, crouch Wir brauchen den Sarg dafür Die, die, die Oh Let's fucking go Oh, bitte Diesel Alter, ich kann nicht mehr Oh, nein Dann nehmen wir eben hier Was, wie heißt das hier nochmal? Ich hab's vergessen Wichtig Oh, what Nice, ein Fahrrad Warte, wir könnten das vielleicht hier hoch schleppen Oder so Geil Vielleicht ist es ja gar nicht so wirft Aber zumindest haben wir es getriet Oh Gefährlich Aber wir machen's, oder? Na gut, fast Das ist hier eine Kunst für sich selbst Das Haus ist wirklich Arsch Kann das sein? Kann ich damit fahren? Na, oder? Scheiße Wir haben kein Diesel Chat Was machen wir jetzt so? Ich weiß halt nicht, was das eigentlich ist Ich weiß es nicht Äh Oder wir nehmen das einfach mal Vielleicht können wir da besser hoch Let's go Oh Jo Let's go Was wirft? Ne, ich glaub nicht so Ja Oh, hier waren wir noch nicht Fernglas, okay Bett Nur Essen Nicht mal das Nur ein bisschen Warte, lass mich bitte raus Danke Das ist aber gut Ja, ist ja gut So Einmal da Nehmen wir dich mit Gas, Öl, Diesel Ich weiß nicht, wie man Diesel entfernt Was sind wir jetzt tun? Alkohol Empty Wir machen einfach mal alles raus Was Wir tun mal ein bisschen hier füllen Nehmen wir dich mal da rein Hervorragend Jetzt müssen wir ein bisschen sparen Das ist gut so, wie es ist Wasser Wasser, Gas, Öl und Diesel Alkohol Wir füllen das erstmal hier raus Geil, 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 geil Wichtig 20 Liter Hä? Ach, 100% Ah ja, okay 20 Liter Wie viel hast du drin? Oh, 53 Liter Aber hier könnte man vielleicht Zeug sparen So, machen wir dich Erstmal hier hin Dahin Das ist gar nichts Alright Hier Alkohol Gas, Öl Gas, Öl Diesel 8,2 Gas Das ist alles mögliche 100% Gas Machen wir dich mal da rein So Okay Wir schlafen erstmal Gas Wir können ja das schonmal voll füllen Füllen Zumindest können wir erst fahren Okay Ja, ja, ja So Kann man Oh mein Gott Diesel Scheiße, scheiße, scheiße Huh, huh Wuff, wuff Huh Ich wollte als Showspeed nachmachen Oder ein Hund Eins vom Bein Warte Oh Mann ey Oh, ich werd feucht Oh, ha, ha, ha Oh, ha, ha, ha Ja, ha, ha Jippie, ha, ha Stupsig so Oh naja, natürlich Naja, ist doch halt so, oder? Was machen wir denn jetzt hier Was hast du hier noch? Leider nichts Aber wir könnten das klauen, oder? Jo, wir haben Licht Oh, das wird immer besser Chat Du kommst mal hier hin Wir wollen einfach mal hier Tieren Den Schlauch dürfen wir auch nicht vergessen Oh, wir könnten Das hier mitnehmen Sehr geil Geh Boah Ssiu Hält das? Das sollte doch eigentlich halten, oder? Ja Es hält Einmal hier Oh Passt das? Vielleicht haben wir ja Glück Und das reicht schon Haha Nein Na gut, dann nicht Komm her Könnte man auch als Dickdarm bezeichnen Dann passt das ja beim Essen XD Du kommst dann hier rein Amazing Du kommst Oh, das könnte vielleicht passen Ja Geil Wasser So Boah, es läuft Es läuft wirklich Grandios Äh Wow So Dann kommst du hier rein Hilarious Das brauchen wir eigentlich nicht mehr Schwarz Wie die Nacht Oder? Wir können es ja mal vielleicht mitnehmen Okay Das kommt auch mal vorne So Haben wir jetzt alles Ich glaube wir haben alles, oder? Hervorragend Weiterfahren Oh, das ist geil Das würde passen zum Transporter Und das eine Licht brauchen wir noch Dann sind wir guter No Geil, geil, geil Detach Geil Und Licht Klauen wir von hier Let's go Wir müssen noch ein bisschen looten So Nehmen wir das Haben wir da Mein Dickdarm Sorry Rein da Flupti bumm Geht das ohne dich aufzumachen Alter Was ist denn das für eine Scheiße Geht das Rost Sehr merkwürdig Die Materie hier Scheinbar hat es funktioniert Hinterfrage einfach nichts Ich hinterfrage einfach gar nichts So Sollte man wahrscheinlich hier auch nicht tun XD Was der hell Aber das Gib mir das Habe ich gelernt Wir können in die Pisse pissen In den Eimer pissen Na man müsste vielleicht noch treffen Was Warum produziere ich Alkohol? Dann machen wir dich einfach mal Hier hin So Dich runter So Du kommst mal weg von mir Du kommst mal weg von mir Geil Ah Da müssen wir Ausschau halten Mit Euro Paletten So und hier müssen wir zurückfahren Boah Wir machen Meter Ihr glaubt es kaum Oder? Ich werde so einen abwickeln Wenn wir beim Auto sind Alles worth was wir gemacht haben Gar nicht so weit entfernt Hoffe ich Ich weiß gar nicht Wie lange wir gefahren sind Oh mein Gott Unser Leben Unser Leben Unser Leben Unser Leben Oh Alkohol Alkohol Oder so Alkohol 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 Hier ist alles freies geleit Alright Demzufolge sind wir Finally jetzt ready So Yo Ey Speed over 9000 Holy shit Haben wir was verloren? Boah Let's go Das ist geil Hilarious Nee Akzeptiere ich nicht Und Turbo Speichern Oh mein Gott Ich hab's fast vergessen Sehr Schön Nee Gefällt mir Dann haben wir schon Ein Haus gesehen Ein paar Leute wieder getötet Sehr viel Loot bekommen Aber auch nichts rausgefallen Oder? Und guck mal die geile Karre an Oh ich müsste vielleicht Das mal schließen Naja gut Das hat doch was oder? Also ich würde smashen Würde ich mir so kaufen Direkt Die Föhnem Karre Steckt ihr? Traumauto Auf Alles gut Alles gut Alles gut Füllen Da kommt sie Schlauch What the hell What the hell Was bin ich hier sehend? Komm doch Lös dich Du Schlund So jetzt Meine Fresse Alter Einfach rumgebackt Wir machen einfach mal alles rein Geht da nichts verloren Bitte 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 Ist das hier verbuggt? Jetzt oder? Geh weg du Bastralanalyse Okay Das ist ein wenig verbuggt Zumindest haben wir Zum Glück zwei Dinger Das ist alles mögliche Aber das ist auch gut Also nicht so gut Aber wir wissen zumindest Das ist gut für das andere Für das Gewissen Dann Machen wir das Essen Das hat aber sehr viel Boah guck mal Geil Das hat sehr viel Checkt ihr? Also das hat wirklich sehr viel Eieie So Machen wir dich auch noch hier hin Könnten wir eigentlich hier vielleicht den machen Geil Alkohol Wasser und Alkohol Spritzpistole Was ist das? Gas Ananas Herzhaft Ah fuck you What the hell Was ist denn mit dir? Ey Warum ist denn hier alles so Verschissen Komm Voll in den Hintern Fick you Alter Piss dich du Geile Person Einfach mein Auto Zerstört und fast Guck mal Mein Lebensanzeuge Mann Tricks Hase Alter Was machen wir jetzt Ja da funktioniert Alles safe Boah Geil Auch schon wieder so ein paar Gammelter Hasenficker Oh mein Gott Mobfarm gebaut Wir haben einfach Wir haben Nee Jetzt kann ich nicht mehr trinken Oder was? Nein 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 Achso Ich kann nicht trinken Weil ich muss pissen Wir könnten eigentlich den Hasen anpissen To be honest Hier Piss 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 Kack 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 Piss Kack 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 So Was ist jetzt die Strat Alkohol wichtig MT MT Das kommt da hin So 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 Schnell 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 Das kommt raus Ja sehr top Nicht so viel Top Du kommst hier hin Wahrscheinlich auch nicht so viel Sprinten Das nimmt wahrscheinlich Oh hier Geil Gas Achso Mach mir hier rein MT Ist das normal Ich sag einfach mal ja oder Gas Ich will die eigentlich nicht zusammen mischen Sonst ist es Ziemlich komisch Kannst mich umbringen Meine Innereien und Gliedmaßen essen Und mein Blut trinken Uwu Na dann komm her Hyper oder So das ist auch wieder alles Aber auch gar nichts So jetzt komm Blub raus Meine Fresse Komm her Reifen immer gut Guck mal Schat Das ist unser Loot Reifen hier Kommst du raus jetzt Wehre dich nicht Ich glaube wir müssen das Aufgeben Suppi Und Supp Umwub da Ah Geil Katzenhund Giraffe Nehmen auch mit Dann wollten wir eigentlich noch Das Koloss hier mitnehmen Wir müssen den irgendwie Hochbekommen Oh So Geht das Oh nice Okay Angehangen Nehmen wir das hier noch mit Das ist noch wichtig Boah jetzt geht's rund So damit haben wir doch alles So damit haben wir doch alles oder Ich will das eigentlich auch mitnehmen Bitte Komm her Komm 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 raus 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 Schnell 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 Warte mal Wie meinst du Tanzen Warum Nur auf TikTok Oh mein Gott Was war das gerade Ähm Was passiert hier Ach fick dich doch Dann nicht Oh fuck Was passiert hier So Let's go Schön Corona bekommen Okay Sollte funktionieren Äh So Was bedeutet denn das jetzt für uns Mal gucken Ob das alles hier so funktioniert Wie ich mir das vorgestellt habe Wir müssen halt zuerst etwas langsamer fahren Wir brauchen dann Äh Die Europaletten Das ist ein Wirbelsturm Ich hoffe mal nicht oder Scheiße Hilfe Wir müssen schnell Nicht dass wir wegfliegen Chat Oh nein Oh nein Schnell 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 Ich will noch nicht fliegen Ich will nur auf die Schnauze fliegen Aber nicht richtig fliegen Vielleicht haben wir ja Glück Irgendwie Nehmen wir das noch Das kommt doch zu uns oder Als ob wir Glück haben Komm 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 Schnell Schnell Ich will noch nicht sterben Oh Gott Es wird lauter Unsere geile Knarre Jetzt sieht man Jetzt sieht man dass wir in Amerika sind Geh da rein Oh scheiße Schnell Fuck 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 Schnell 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 Ja jetzt scheißt du dich aus oder was im letzten moment du Dreck Komm 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 So jetzt aber komm Haben wir alles oder jetzt Müssten wir alles haben oder Top 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 Okay okay Hier ist auch nichts mehr Geil Das sieht aus Scheiß Die Wand an Na gut Erste Betet mal zu Gott Dass es funktioniert Das war's mit der Folge Lasst gerne mal ein Like da Und wir sehen uns In der nächsten Folge Haut rein Und bis denn Let's fucking go Okay Dann Und tschüss Hey Boogieooogie Let's go by 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 boom boom Hey Boogieooogie B 그러니까 Let's go b Hey Boogieooogie Boom Boom Hey Boogie